so dass wir wieder und jetzt kommt hier der tag 3 dran mit dem granatenkoffer wegen dem achievement und hier kauf hier bei netti etm und messer los geht's das sollte jetzt ziemlich einfach werden jetzt hier das ist ja nur ein bankraub der ist ja sollte ja kein problem sein okay dann gucken wir doch erstmal was da drin so abgeht da ist zu da hinten ist offen sehr gut eigentlich nicht so gut okay ist sehr schön der kameraraum ist hinten und was habe ich etwa glück habe ich etwa gleich beim ersten versuch schon so ein fucking glück ja habe ich tatsächlich nice okay hier lächst gerade ein bisschen wird mal kurz die aufnahme abbrechen ok so hier bin ich wieder die lex lagen daran dass ich im hintergrund noch hochlade gut hier ist offen das sind so auch gerade zwei tippen ich würde gerne noch mal gucken ob die karte ob die da vorne drin ist oder ob die der manager hat dazu muss ich auch ganz kurz noch mal oh sage mal ach stimmt ich produziere auch ich renne da auch gleichzeitig noch das ist ein bisschen schlecht jetzt hier gerade also gleichzeitig hochladen rendern und zocken ist nicht so gut so ich werde jetzt ganz kurz gucken ob karte hier drin ist die karte liegt nicht hier drin das heißt wir haben also die karte ist also bei dem typ beim manager das ist sehr gut ok so dann haben wir hier einmal die offene tür komm so ok und hier haben wir einen ecm-störsender dran den teil den tipp da stechen wir kurz mal ab das waren die kameras ok oben ist keiner da ist keiner hier ist im moment auch keiner wir haben da keine tippen wir haben alles gerade geht das zweck wieder er wird gerade wieder weg gehen ja schade 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 tschau tschau ok ich werde mal ganz kurz gucken ob wir hier leute haben einen nur einen ok das ist sehr schön das ist wirklich sehr sehr schön ok die drei leute hier der manager was macht er kommt schon raus das wäre klasse also zwei leute stiefeln jetzt da vorne herum der eine geht nach da hinten da ist der da muss ich kurz noch die anderen beiden oh man ich hab da vorne keine kamera das ist natürlich schlecht da war zwei wo geht der eine jetzt hin bleibt da stehen ok jetzt geht er raus nice 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 oh ne der geht nicht mehr ganz raus ok ich hab gedacht vielleicht oh leck gedacht vielleicht geht er ja ganz raus aber das hat er leider nicht gemacht deshalb hab ich ihn jetzt einfach da mal abgemotzt und einmal dumpster die wenn so das wäre der erste oh der manager war gerade draußen schlecht naja der kommt nochmal raus so haben wir zwei da vorne einer läuft gerade nach hinten der manager ist da wo geht der hin komm schon komm schon komm schon geh doch bitte nach draußen komm schon hatten wir klasse das wäre echt nett von dir da ist gerade keiner das heißt also der da vorne ist hoch der vorne ist immer noch da na kamera bleib stehen so bewegt sich gerade keiner ja gut der oh god gut der manager geht jetzt da lang der andere typ ist da vorne und bleibt da stehen gut so von hier aus habe ich eigentlich ja alles im blick im moment so der geht jetzt oder durch so der geht jetzt oder durch stirbst du mal so mit der beibring brettes gar ok ja ja so und noch einmal kannst du da wenn kurz gucken ob ich noch aufnehmen ja tue ich sehr schön gut dann der letzte steht da hinten rum manager geht raus ist gut lauf 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 hallo einmal runter und einmal mitkommen da komm schon wo geht dein paket ja klatsch follow me come on follow me follow me folge mir gerne auch auf twitter ja komm so das war der jetzt vor ich der letzte immer noch da hinten da geht er gerade weg halt falsche taste so ok da geht jetzt sonst wohin das heißt ich werde jetzt erstmal hoch gehen hier die schlüsselkarte einstecken mit dem strom einschalten komischerweise warum auch immer man den einschalten muss warum weil man kriegt ja einen stromschlag wenn man das nicht macht aber dann müssen wir eigentlich das ding ausschalten und nicht einschalten aber gut na komm bewegt dich da weg das wäre echt klasse von dir am besten wäre ich da raus gegangen so geht's auch na wo geht er hin nach vorne schön heißt also diese Kameraeinstellung so und der geht wieder nach hinten ist man noch da hallo wie geht's ja ja das wäre echt nett wenn du irgendwie rauskommen könntest oder da hinten in den Gang rein in den Kopiererraum das wäre echt klasse hör los ja komm auf bewegt dich nicht gibt's doch nicht der bewegt sich ja nicht weg die taue sie und passt das ist ist es läuft doch endlich da weg na los wirst du doch auch danke sonst hast du am besten nach hinten nicht unbedingt dahin aber ich meine da könnte ich ihn ja okay lauf halt wieder weg okay das geht ich hab da ja nur eine ja also einmal auf der hat sich hingelegt ich habe nicht ganz genau gesehen so sehr schön moni nicht okay so den hol ich zum fenster weg damit er nicht irgendwann auf die idee kommt zum fenster rein zu gucken und ein bisschen scheiße zu sein ja dann legst du dich dahin mir auch egal okay so jetzt können wir kurz außen rum und uns das den thermalbohrer holen krieg ich das von hier aufgeschlossen komm dann nicht auf mich danke boah habt ihr das gesehen skill boah sogar nochmal oh das war zu weit ah fuck ok warte mal ich hab ja das dinge habe ich oben ausgemacht ok wenn das jetzt einer bemerkt bemerken sollte dann werde ich sofort ein etm schmer hinsetzen ja ne ich will den thermalbohr starten ich muss mal ganz ehrlich sagen fünf minuten zu viel zu lang ja also wirklich viel zu lang ich muss mal ganz ehrlich sagen aber ja Vielen Dank. 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 Oh. So. Okay. So. Nice. 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 Okay. So. Nice. 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 Warte mal kurz bis der Typ da noch weg ist und dann ab nach Haubotel. Wo ist er hin? Da ist er. Versteckt er sich einfach so. So. Das war's. I'm a Firestarter. Oh ja. Was erbeutet die Gegenstände? 6 Millionen? What the fuck? Okay. What? We will be in touch. You are exceptionally gifted. I am not disappointed. Okay. Cool. Warum auch nicht? Gut. Ähm. Das war's. Für den Brandstifter Job. Ähm. Hier kommt jetzt noch der Payday. Und ich sag aber schonmal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Gott ist das ne Scheiße. Korallenrotlimettengrün. Wer will denn so ne Scheiße? Naja. Und ich sag mal zum nächsten Mal. Ich sage mal. Ja.